Sehr geehrte Frau Professor Keller, sehr geehrte Frau Stadtbaurätin, Professor Merck, sehr geehrte Damen und Herren, alle Interessierten aus Stadt, aus Klima-Allianz-Bereich von den Universitäten an einem Thema, das uns heute Abend vielleicht so beschäftigt. Es gibt zwei Phänomene mit Sprengstoff, mit denen wir uns heute Abend näher beschäftigen und sie sich dann auch morgen noch während des ganzen Tages. Das ist zum einen die Urbanisierung, die weltweit ein Phänomen ist. In etwa 10, 12 Jahren werden 60 Prozent der Menschen auf diesem Erdball in Städten leben. Und das andere Phänomen, mit dem wir uns beschäftigen, das auch weltweit wirkt, Klimawandel, wenn wir zum Fenster rausschauen, dann sehen wir die Folgen auch bei uns. Aber wir werden noch diejenigen sein, die eigentlich besser davon kommen. Beide Bedingungen, Urbanisierung und Klimaveränderungen, potenzieren sich auch, wenn sie gemeinsam auftreten, vorankommen. Und leider ist das der Fall. Diese Phänomene werden uns mit Druck erreichen. Dieser Druck erreicht die Politik, aber auch die Gesellschaft. Zugleich, was Klimawandel, Klimaschutz, Klimaveränderung angeht, ist es nach Paris, einem durchaus wegweisenden Abkommen auf UN-Ebene mit doch immerhin sehr genauen Zielvorgaben, wo es denn hingehen soll und auch einem großen politischen Konsens dazu, sehr still geworden. Man muss sagen, nach der Euphorie, die Ernüchterung, der Rückzug der USA ist ein Thema, aber auch jemand, der sich die Klimaziele doch immer, ich will mal auch behaupten, einigermaßen ehrlich auf die Fahnen geschrieben hat, wie Deutschland, hinkt leider weit zurück. Die Zielerreichung, das ist ein Problem. Wir schmecheln an vielen Themen. Und dann kommt noch dazu, wir haben immer noch nicht gemerkt, dass dieses Problem, wenn wir es nicht in den Brief bekommen mit der Klimaveränderung, auch weitere Probleme nach sich zieht. Denn es gibt Veränderungen im sozialen Bereich, es gibt natürlich gesundheitliche Veränderungen, es gibt aber auch einen enormen Druck in Sachen Migration und vieles mehr. Die Urbanisierung ist ja auch ein Thema, das durch Klimaveränderungen mit auch beeinflusst wird. Gibt es denn gar keine Hoffnung? Doch, es gibt Hoffnung. Diese Woche gibt uns doch Hoffnung, dass es wieder ein Stückchen vorwärts geht. Der IPCC hat einen Bericht vorgelegt und er macht es eigentlich auch der Politik leicht, wieder anzuknüpfen an das Thema. Er sagt, 1,5 Grad sind noch erreichbar. Gebt nicht auf und sagt, es ist eh schon alles verloren. Und er sagt auch, ihr habt noch ein bisschen mehr CO2-Ausstoß drin, aber ihr müsstet euch wirklich in den nächsten Wochen und Monaten auf den Weg machen. Das gibt Hoffnung. Das sollte man aber auch nutzen. Und ein zweiter Punkt, was auch in dieser Woche, auch am selben Tag, am Montag geschehen ist, ist es erstmals so, dass zwei Forscher, der Herr Nordhaus und der Herr Roma, den Wirtschaftsnobelpreis bekommen haben, die sich mit Klimaaspekten in der Wirtschaft definitiv als einen entscheidenden Faktor von dem, wie ich umgehe, mit einer Bepreisung des CO2-Ausstoßes, mit dem Hinweis auf die sozialen Folgen der Klimaveränderungen in der Wirtschaft durchgesetzt hat. Und ich glaube, auch dieser Preis sollte ein Hoffnungszeichen sein. Die Preisträger des Wirtschaftsnobelpreises haben auch einen besonderen Fokus auf Datenanalyse und auch auf Forschung gesetzt für das, was wir hier in den Zusammenhängen zwischen Veränderungen des Zusammenlebens der Menschen, Klimawandelveränderungen und auch einem Wirtschaftsmodell aufweisen. Ja, jetzt kommen wir wieder auf die Niederungen der Region zurück. Was macht denn eigentlich Bayern? Wir machen eigentlich zumindest das auch, dass wir versuchen, Daten zu schaffen, Datenbasis darzustellen. Da darf ich erwähnen den Klimareport Bayern. Da ist jetzt tatsächlich nachgewiesen, wir haben Veränderungen im Vegetationsablauf. Wir haben mehr Extremereignisse, das ist gemessen. Wir stellen fest, dass sich die Klimazonen verändern, die Schneeverhältnisse, dass auch mehr Hitzetage auftreten. Das ist jetzt auch für diejenigen, die immer noch gezweifelt haben, durchaus wissenschaftlich bewiesen. Und dann, was macht Bayern noch? Wir haben immer gesagt, Klimawandel setzt voraus, dass wir auch Antworten geben. Und eine dieser Antworten ist auch, dass wir in die Forschung investieren. Wir investieren sehr gerne in neue Projekte der Forschung, die auch interdisziplinär tätig sind. Genauso wie es in den Projekten, die das ZSK anbietet und zu dem wir uns heute und morgen auch näher austauschen, durchaus der Ansatz ist, weil ein Phänomen, das nicht nur in einem bestimmten Sektor auftritt, kann ich nicht nur mit der einen oder anderen wissenschaftlichen Frage beantworten. Das gehe ich am besten gleich von Anfang an interdisziplinär an. Ich darf alle ermutigen, am Ziel einer nachhaltigen und grünen Stadt gemeinsam mitzuwirken. Und ich bin auch froh, dass es in den Projekten, die hier an der TU und auch bei den Partnern in den Klimaallianzen, in den Kommunen hier mit ZSK möglich ist, gemeinsam die Gesellschaft einzubinden, ihre Träger, aber auch die kommunalen Ideen und auch tatsächlich praktisch Forschungsergebnisse umzusetzen, zu diskutieren. Zu dieser Diskussion lädt ja diese Konferenz auch idealerweise ein. Und das Schönste ist, wenn Sie Nachahmer finden, Vorbildfunktionen, das können einzelne Aspekte dieser Konferenzen oder auch dieser Projekte, die gefördert werden, leisten. Und es wirkt nur dann, wenn es tatsächlich in die Fläche geht. Ich darf mich auch bei den Städten bedanken, die in den Projekten von ZSK und wie gehe ich mit Städten um im Klimawandel, besonders auch engagieren. Das ist die Stadt München, das ist die Stadt Ingolstadt und die Stadt Würzburg. Herzlichen Dank auch an die Träger und Verantwortlichen in dem jeweiligen Bereich. Das ZSK ist schon mehrfach angesprochen worden. Es gibt ja verschiedene Teilprojekte. Eines wird jetzt dann in den kommenden Stunden, aber vor allem auch morgen näher beleuchtet. Und da sind eigentlich zwei Aspekte, auf die ich noch hinweisen möchte. Zum einen, der Baum ist das zentrale Thema, mit dem auch eine urbanisierte Gesellschaft Natur gestalten kann. Und der Baum ist auch ein wesentlicher Faktor, dass sich der Mensch wohlfühlt. Und ich sehe den Baum auch als ein Symbol, das man durchaus in der Vergangenheit gut genutzt hat, aber das wir auch weiter pflegen sollten. Und dann das wunderschöne Thema, das hier auch auf der Agenda steht, Plätze. Plätze sind zwar städtebaulich und häufig leider auch nur noch Verkehrsschnittstellen, aber Plätze sind auch gesellschaftliche und soziologische Punkte. Platz sollte Raum sein, sollte Luft für Austausch schaffen, für Kommunikation. Platz ist Lebensraum. Er sollte auch Teilhabe deutlich machen, im Sinne dessen, dass ich ihn nutze. Und Platz, wenn er gut verstanden ist, ist auch eine Möglichkeit der Interaktion und positive Effekte zu erzielen. Ich wünsche Ihnen für die Konferenz viel Freude bei der Beschreitung ungewöhnlicher Pfade. Haben Sie alle Dank für Ihre Ideen, die Sie hier einbringen. Und an alle Partner, die sich beteiligt haben, ein herzliches Dankeschön fürs Engagement. Und ich hoffe auf viele Nachahmer.